Eine wunderschöne guten Morgen Uganda. Ich muss ein bisschen flüstern, ich habe viele Nachbarn bekommen gestern. Es hat die ganze Nacht geregnet und aufs Felddach, das war echt ganz schön hart, aber es nützt nichts. Die Menschen freuen sich total über den Regen und meinetwegen kann es weiter regnen tagelang, denn ich verlasse heute Morodo und fahre zurück Richtung Enthebe. Mein Wettbeck ist gepackt, geschnallt, ich treffe mich genau jetzt mit George, meinem Fahrer, um zurück nach Enthebe zu fahren. Ein kurzes Fazit zur Unterkunft. Ich glaube, das Problem ist hier die Alleinherrschaft. Es ist halt eine sehr untouristische Gegend. Hier gibt es nur die eine mögliche Unterkunft oder so ein paar merkwürdige noch, aber ja, das ist die eine so ein bisschen touristische Unterkunft. Und die schaffen es halt nicht, den Service entsprechend zu gestalten. Ich weiß nicht, wer der Besitzer der Unterkunft ist, wo die herkommen. Auf jeden Fall sind es keine Uganda. Ja, also wenn man das Frühstück um sieben bestellt, bekommt man das vielleicht um dreiviertel acht. Das Problem ist allerdings, wenn der Fahrer um acht kommt, um einen abzuholen, geht es nicht. Also das war jetzt von drei Frühstück, ist es zweimal zu spät gekommen und einmal zehn Minuten, gut, zählt nicht. Ja, gut, ich schnall mir jetzt hier alles fest und dann geht es auf zu George, meinem Fahrer. Musik Since I'm traveling around the world Every day there's something new Like a child I learned to roll and turn All the things I thought I knew There are so many ways to think and live It's so colorful and bright Hier mit einem Busch ist wieder eine Straßensperre Ja, hier stehen einfach mal so Esel am Straßenrand. Schaut euch doch mal das kleine Dörfchen im Hintergrund an. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Strecke hinter uns und schaut mal, wie viel grüner es jetzt hier schon ist. Und ich finde es so niedlich, diese kleinen Dörfchen überall Adventure hearts and young and mind just to be wild and free Oh, isn't it life how it should be Adventure hearts and young and mind just to be wild and free Jetzt fahren wir durch eine größere Stadt und schaut euch das mal an. Hier ist alles auf der Straße. Egal, ob das der Tischler ist oder die Autowerkstatt oder die Autowerkstatt. Oder der Bäcker oder was auch immer. Es ist alles auf der Straße. They didn't make me free Instead they've locked me up and pushed me down So that I can hardly see Now I've had to leave my comfort zone And these borders start to break And the chest of life fulfilled my heart With every new step that I've made One, two, three, four Oh, isn't it life how it should be Adventure hearts and young and mind just to be wild and free Oh, schaut mal, eine Moschee. Ich finde es ein bisschen schade, dass George mir nichts erzählt hier von seinem Land. Er fährt und fährt und fährt und erzählt kein Wort. Wirklich schade. Ich würde gerne viel mehr wissen. Die Straße war gesperrt die ganze Zeit und alle Trucks haben hier geschlafen und jetzt müssen wir erstmal alle hier durchlassen, weil die da vorne alles zu machen. Also die versperren sozusagen den Weg und wir warten jetzt hier, dass wir weiter fahren können. Hier sind wir übrigens in der Gegend von Sipi, von den Sipi Falls Mount Elgin, wo wir am Dienstag schon waren und losgefahren sind. Das Video könnt ihr auch sehen. Ich kann es euch oben gern verlinken. So, ich sitze hier im Auto und mein Fahrer ist irgendwie weg. Der ist kurz rausgegangen. Aber der ist hier nirgends. Ich weiß gar nicht, wo der hingegangen ist. So, jetzt ist eine halbe Stunde später. Die Trucks fahren immer noch. So, ich denke, die Hälfte haben wir geschafft. Wir sind jetzt hier wieder in Mbale. Ich kann es nicht aussprechen. Mbale. Und jetzt gehen wir hier wieder. Irgendwo ist unser Restaurant. Ich denke, hier irgendwo gehen wir wieder essen, Mittagessen. Und dann geht es weiter Richtung Entebbe. Und hier steht George mit dem Auto. Er kriegt erstmal ein Parkticket hier von der jungen Dame. Und der Mount Elgin schläft heute in den Wolken. So, hier ist unser Restaurant. Hoch über den Wolken der Stadt. Da ist der Mount Elgin. Lebt in den Wolken. Sagt man hier so. Sleeping in the clouds. Und hier ist es heute richtig busy, weil es ist Public Holiday. Ostern. Hier gibt es relativ moderne Toiletten. Dafür, dass wir hier in Afrika sind. Es gibt Rindfleisch, Kohl, gekochte Bananen und Reis. Wir sind jetzt kurz vor Kampala und es gibt hier endlose Zuckerrohrfelder. Wir sind jetzt kurz vor Jinnia und in Jinnia kommt der Nil aus dem Viktoriasee und fließt weiter Richtung Nordafrika. Seht ihr da vorne schon die Brücke über den Nil? Wir fahren jetzt langsam Richtung Kampala. Hier sind jetzt die Vorstädte mit ihren Slams. In Kampala gibt es eigentlich alles. Es ist eine große und moderne Stadt. Hier gibt es sogar eine Gärtnerei. Musik 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 Oh, 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 oh. Isn't it life how it should be? Adventure hearts and young and minds just to be wild and free. Oh, oh. So, hier sind jetzt die Slums von Pai. Ich darf jetzt nicht mehr das Handy aus dem Fenster halten. Hier herrscht das größte Verkehrschaos, was ich jemals gesehen habe. Selbst der Polizist auf der Straße hat es nicht im Griff. Oh, isn't it life how it should be? Adventure hearts and young and minds just to be wild and free. Oh, oh, oh. So, wir machen eine kurze Pause. Und ich wollte mir mal den Sonnenuntergang anschauen. Isn't it life how it should be? Adventure hearts and young and minds just to be wild and free. Oh, 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 oh. Isn't it life how it should be? Adventure hearts and young and minds just to be wild and free. Hey! Okay, das war der afrikanische Klo auf meiner Reise. Hört ihr es? Anstelle sich mit mir zu beschäftigen, hört George lieber Fußball. Wir fahren hier übrigens auf der einzigen Autobahn in Uganda. Und ja, man muss auch Maut bezahlen. Und ihr seht schon, wenn man kein Fahrzeug hat, dann kann man auch auf der Autobahn laufen. Hier gibt es übrigens auch eine Mautstelle für die Autobahn. Ihr werdet es nicht glauben, wir sind angekommen. Und zwar bin ich wieder in diesem wunderschönen Garten mit den Avocado-Bäumen. Und jetzt gibt es eine Roomtour. Hier liegt mein Rucksack schon. Mein Bett. Der hintere Ausblick ist auf den Viktoria-See. Und mein Bett. Und mein Bett. Mit Dusche. Und was? 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018